Heute geht es um digital im Alter. Barrierefreiheit ist ja ein ziemlich wichtiges Stichwort zurzeit, insbesondere auch in der Softwareentwicklung. Und trotzdem sind ein großer Teil der älteren Bevölkerung von vielen digitalen Tools ausgeschlossen. Der heutige Vortrag thematisiert einerseits die digitale Mediennutzung älterer Menschen, aber auch die Digitalisierung in der Altenpflege und in der Altenhilfe. Unser heutiger Gast ist die Sozialpsychologin Gesa Linnemann. Danke, dass du heute hier bist. Und sie beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren mit dem Thema Digitalisierung im Alter. Sowohl in der Praxis, eine Zeit lang im Caritasverband, als auch in der Wissenschaft. Zunächst als Juniorprofessorin hier an der FH, im Fachbereich Sozialwesen und jetzt ganz neu als Professorin für Sozialpsychologie an der Katholischen Hochschule in Köln. Gut, nach dem Vortrag Zeit für Fragen, Diskussionen und anschließend auch im Foyer noch etwas zu essen und Softdrinks. Okay, damit übergebe ich das Wort an Gesa Linnemann. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank dir, Ralf, für deine einleitenden Worte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und bin ganz gespannt auch auf Ihre Fragen. Ich habe mit Ihnen vor, heute noch mal so einen, na ja, sozusagen thematischen Rundumschlag, deswegen der breite Titel Digital im Alter. Also ich möchte das Thema mit Ihnen von verschiedenen Seiten beleuchten. Was haben wir also heute vor? Ich würde gerne mal mit Ihnen schauen, wo man Digitalisierung im Alter eigentlich verwenden kann. Da werden wir gleich mal ganz kurz noch darauf eingehen, was ist eigentlich Alter? Wer ist eigentlich alt? Oder ab wann ist man eigentlich alt? Genau. Und wie viele ältere Menschen haben wir eigentlich in Deutschland? Oder sind alt nur die anderen? Das ist ja auch immer eine Frage der Definition, wie wir gleich noch sehen werden. Dann wollen wir aber auch die Schwierigkeiten und Hürden, die sich beim Thema Digitalisierung im Alter ergeben können, in den Blick nehmen und uns auch damit beschäftigen, wie es aber weitergehen kann, was Ansatzpunkte für die Zukunft sein könnten. So, da starten wir mal mit der Gretchenfrage, wann ist man eigentlich alt? Sie können ja mal jeder für sich überlegen, wo Sie eigentlich Alter ansetzen würden. Ob Sie vielleicht von sich selber sagen würden, sind alt oder älter oder ab wann das so wäre. Und ich habe mal hier diese schöne Zusammenstellung von Martin Kliegel mitgebracht. Da sehen wir, ja genau, eine Definition von James von 1980. Der sagt ab 30. Und warum ab 30? Weil er sagte, ab da verändert sich der Mensch nicht mehr. Also ist er da alt. Kann man drüber streiten. Würde heute auch, glaube ich, keiner mehr so vertreten. Andere Definitionen sagen, naja, wenn wir mal so gucken, wie alt kann man werden, teilen das durch zwei. Na dann so ungefähr 50. Sagte Hall, da haben wir die zweite Hälfte der maximalen Lebenslänge erreicht. Ab da ist man alt. Das Alter 60, das wird häufig in der Forschungsliteratur verwendet. Also eine ganz pragmatische Herangehensweise. Wir können nach der WHO-Definition gehen und sagen 65 oder vielleicht mittlerweile 67 auch bei uns. Also wo ändert die Berufstätigkeit? Ab da ist man quasi alt. Oder wir könnten sagen, naja, mit 80 ist die mittlere ungefähre Lebenserwartung erreicht. Oder die Tabelle geht auch noch weiter. Ab 100, Hochaltrigkeit. Oder man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Also die subjektive Bewertung. Und Sie sehen hier die Pünktchen. Die Liste möglicher Definitionen geht noch viel, viel weiter. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, ab wann jemand alt ist. Oder vielleicht noch schwieriger zu sagen, ab wann man selber alt ist. Also das erst mal zu dem Thema. Üblicherweise, wie gesagt, in der Literatur wird immer so was angenommen, irgendwie zwischen 60, 65, 67, weil wir über ältere Menschen sprechen. Wir sehen aber auch, je nach Lebensbedingungen, je nach individueller Entwicklung, können bestimmte Bedürfnisse, Bedarfe früher oder später einsetzen. Das müssen wir dabei immer berücksichtigen. Aber grundsätzlich gilt, Alter ist eine hochindividuelle Angelegenheit. So wie alle anderen Lebensphasen eben auch. Und die Gemeinsamkeit des Lebensalters muss nicht eine Gemeinsamkeit in anderen Dingen sein. Deswegen, wenn ich Dinge nachher sage in dem Vortrag, die sich auf das Alter beziehen, dann muss das im individuellen Fall nicht so sein. Das kann viele Menschen betreffen, einige nicht. Andere vielleicht umso stärker oder vielleicht auch schon in früheren Lebensjahren. Dann gucken wir noch kurz, wie viele ältere Menschen es überhaupt gibt. Sie kennen die Alterspyramide. Das Wort Pyramide, das wissen Sie auch, das trifft eigentlich nicht mehr zu. Mehr so ein Tannenbaum, jetzt passend zur Jahreszeit. Naja. Und Sie sehen, wir haben, also das ist hier vom Statistischen Bundesamt, wird 2021 und Sie sehen die Ausbuchtung sozusagen. Hier beginnt die Babyboomer und je älter im Lebensalter, desto weniger Menschen in der Hochaltrigkeit nimmt das wieder deutlich ab. Und wir haben auch hier so eine Tabelle. Hier wird 67 plus genommen als eine Grenze und da haben wir in Deutschland 16,4 Millionen Menschen, die 67 Jahre und älter sind. Das macht 20 Prozent der Bevölkerung aus. Genau. Was verändert sich im Alter? Ich habe mal hier nur einen Aspekt rausgegriffen und zwar der kognitiven Leistungsfähigkeit. Da gibt es natürlich noch viele andere Dinge, die körperlichen Beschaffenheiten oder die emotionale Entwicklung, auch die Persönlichkeit, wie sie sich verändert, über die Lebensspanne. Das kann man sich alles angucken. Wir werfen mal hier einen Blick auf die kognitiven Funktionen. Wie gesagt, hier auch das Alter gibt es nicht. Wir gucken uns das hier sozusagen mal hier so im statistischen Mittel an. Was wir sehen, es wird ein bisschen langsamer beim schlussfolgernden Denken in der Regel und beim Arbeitsgedächtnis. Mit steigendem Alter werden Wortfindungsschwierigkeiten wahrscheinlich oder es kommt auch zu Stocken unter Stress. Und bei einigen Menschen kommt es auch mit im Alter und gerade mit der Hochalterigkeit zu demenziellen Veränderungen. Und Sie wissen vielleicht auch, die Zahl der Menschen mit Demenz, die wächst weiter durch die erhöhte Lebenserwartung, was ja an sich eine erfreuliche Nachricht ist. Aber dadurch haben wir eben auch mehr Menschen, die in früheren Zeiten vor dem Erreichen einer demenziellen Erkrankung schon verstorben werden, die dann diese neurodegenerative Erkrankung jetzt ereilt. Wir haben aber auch Dinge im Alter, sozusagen da geht es nach oben und zwar beim erworbenen Wissen haben ältere Menschen enorme Vorteile natürlich gegenüber jüngeren Menschen im Durchschnitt. Aber ganz wichtig hier, die Veränderungen sind dynamisch. Gregor und Kollegen sprechen von der Dynamic Diversity und das sagt nochmal, naja, wir haben nicht nur in einem Lebensalter ganz unterschiedliche Kompetenzen oder Bedürfnisse oder ja, oder Ausprägungen von Funktionen, sondern auch ein und dieselbe Person kann über die Lebensspanne sich da sehr stark verändern. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn wir überlegen, wie können wir da mit Digitalisierung rangehen, dann gibt es also keine Standardlösung. Weil selbst, wenn wir was gefunden haben, was vielleicht ganz gut passt, dann kann durch diese Veränderung, die eben dynamisch ist, das vielleicht ein Jahr später oder drei Monate später oder zehn Jahre später vielleicht überhaupt nicht mehr passen, weil die Bedürfnisse oder Bedarfe sich verändert haben. Also das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf haben beim Thema Alter. Genau. Dann gucken wir noch kurz auf das Wort Digitalisierung, damit wir die Begriffe sozusagen für den Vortrag geklärt haben. Ich weiß ja nicht, wie viele Vorträge im GUD Sie hier schon besucht haben und mit Definitionen zu dem Thema konfrontiert wurden. Also Sie kennen den Begriff ja, der kommt ja, dem kann man ja nicht mehr entkommen und in unterschiedlichen Ausprägungen kommt der vor, Digitalisierung natürlich, aber auch digitale Transformationen, wo mehr auf gesellschaftliche Prozesse abgehoben wird oder auch, wir haben Leute, die sagen, naja, das ist eigentlich alles eine Mediatisierung und da drunter fassen wir die Digitalisierung bis hin zur digitalen Mediatisierung. Wir wollen uns mit den Feinheiten der Begriffe jetzt heute nicht aufhalten, wir sagen einfach heute einfache Definition von Digitalisierung, wir nehmen Gebrauch und Einfluss von digital, also binär kodierter Information und Technologie, die diese Information entsprechend speichert und verarbeitet und gucken uns das in individuellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen an. Ich glaube, damit können wir erstmal ganz gut für heute arbeiten. Das Thema Digitalisierung und Alter, damit beschäftigen sich mittlerweile ja viele Menschen auch, auch die Bundesregierung hat das Thema auf die Agenda gesetzt und im achten Altersbericht der Bundesregierung wird dazu auch ausführlich nochmal Stellung genommen und werden ausführlich Themen behandelt. Ich habe mal drei Zitate da rausgenommen, Sie finden den Bericht auch im Internet, da können Sie den runterladen und sich angucken oder sich den zuschicken lassen. Also da wird gesagt, Digitalisierung ist eine Chance für ein selbstbestimmtes Leben im Alter und es wird gesagt, man muss aber aufpassen, wir müssen für Schutz und Beteiligung sorgen und wir brauchen auch Unterstützung im digitalen Bereich. Und vielleicht können wir in diesem Vortrag zu allen drei Punkten ein bisschen näher beleuchten, was das eigentlich heißen kann. Vielleicht haben Sie auch schon Ideen, aber wir gucken mal, ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, natürlich ist das nicht erschöpfend. Hoppala, da bin ich zu schnell gewesen. Ich habe nur als Beispiel hier nochmal eine Statistik zur Internetnutzung von Menschen in Deutschland im Jahr 2021, da sehen Sie verschiedene Altersgruppen von 16 bis 24, nicht weiter überraschend, fast alle im Internet aktiv. Und dann haben wir hier unten der Balken der 65, hier haben wir wieder 65, so schwankt, da sehen Sie das, schwankt das, 65 bis 74-Jährigen, da haben wir 79 Prozent, die das Internet nutzen. Und wenn wir jetzt mit den Zahlen noch genauer gucken würden und weitergehen würden, wir sehen, bei den hochaltrigen Personen ab 80 Jahren, da sinkt das deutlich ab. und dann, wenn wir nochmal gucken, von den Personen zwischen 90 und 100 ist das nochmal ein geringerer Teil, der das Internet nutzt. Nun ist Internetnutzung nur eine Form von Digitalisierung, aber eben eine nicht ganz unwichtige. Aber wir werden noch sehen, auch in anderen Wegen sozusagen können ältere Menschen ans Internet oder an Digitalisierung kommen. Und ich möchte da mit Ihnen drei Ebenen sozusagen unterscheiden. Einmal die Person natürlich selber im Alter und wie sie mit Digitalisierung umgehen, wie sie Digitalisierung nutzen können. Auf der anderen Seite aber auch sind diese Personen möglicherweise verzahnt mit Unternehmen, Trägern, Fachkräften, aber auch Angehörigen, Pflegekräften. Und das alles spielt sich natürlich nicht im Luftreherraum ab, sondern die digitale Transformation der Gesellschaft, also die ganzen Prozesse, die wirken natürlich auch unmittelbar, um auf das Leben von Personen im Alter. Ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel Online-Banking hat Auswirkungen im physischen Raum. Je mehr Online-Banking genutzt und verfügbar ist, desto mehr wird das Filialnetz entsprechend abgebaut und dann ist die physische Umgebung entsprechend verändert und stellt auch ältere Menschen davor eine Herausforderung für Aufgaben des täglichen Lebens. Ähnliches sind Prozesse wie zum Beispiel das E-Rezept und solche Dinge oder Behördengänge, die dann digital erledigt werden sollen. Gucken wir mal auf der digitalen Transformation der Gesellschaft. Da gibt es drei große Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir beobachten zunehmende Steigerungen der Rechenkapazität, wir haben viele Daten und große Datenmengen und wir haben natürlich auch dann Verarbeitung dieser Daten. Viel passiert dann unter dem Stichwort künstliche Intelligenz im Moment, so wie es gar kein neues Stichwort ist, aber da haben wir jetzt durch die hohe Rechenkapazität und die großen Datenmengen natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Vielleicht haben Sie alle jetzt die Sprachgenerierung verfolgt und das mitbekommen, wie jetzt schon Sprache und Artikel oder Interviews generiert werden können. Das ist ja im Moment eine große Diskussion auch in den Medien. Auf jeden Fall wirken all diese technischen Prozesse natürlich auch auf gesellschaftliche Prozesse und führen zu neuen Chancen und Lösungen auf der einen Seite, aber auch zu neuen Risiken. Sie machen neue Kompetenzen erforderlich und erstellen sich natürlich auch neue ethische Fragen, wenn ganz andere Dinge möglich sind, als wir das vorher so kannten oder gemacht haben. Dann kann man sich auch unterschiedliche technische Entwicklungen, beispielhaft habe ich jetzt hier mal Sensorik und Miniaturisierung oder das Internet der Dinge, da ist da die Übersetzung ein bisschen schief gegangen, die erweiterte und die virtuelle Realität, Blockchain Technologie und die Liste lässt sich natürlich fortsetzen. Wir wollen jetzt aber heute natürlich nicht von der Technologie aus gucken, wenn das aber auch ein Ansatz ist. Wie kann das aussehen? Neue Chancen und Lösungen? Da haben wir auf der einen Seite Sicherheit. Also gucken wir uns gleich noch an, wie kann ich zu Hause länger, sicher und selbstbestimmt leben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Autonomie. Was gibt es für Technologie, die mich unterstützt, die Dinge, die mir wichtig sind oder die zu meinen täglichen Aufgaben gehören, selbstständig umzusetzen? Komfort. Auch Smart Home oder Dinge, die eine Assistenzfunktion haben, können natürlich auch den Komfort erhöhen. Auf der anderen Seite neue Risiken, Stichwort Digital Gap, die digitale Lücke oder die digitale Spaltung, also wie ist die Zugänglichkeit zu digitalen Technologien und führt das zu einer Lücke, die sozusagen auch in der Gesellschaft auftritt. Dann haben wir das Thema Datenklau und Datenmissbrauch. Hat die FH Münster ja leider auch hier erlebt mit dem Cyber Angriff, aber das kann natürlich auch im Kleinen passieren. Und da gibt es natürlich auch Ängste vor. Auf der anderen Seite werden neue Kompetenzen erforderlich. Hier ist ein Stichwort die Digital Literacy. Also wie verarbeite ich Informationen, wie gehe ich mit Informationen um, wie komme ich an neue Informationen über den digitalen Raum. dann dann aber auch ganz praktisch die Einrichtung, Bedienung und Wartung nicht zu vernachlässigen. Genau, jemand muss sich auskennen, der muss das anschließen, einstellen und wenn Fehler auftritt auch sich dann darum kümmern und das wissen wir auch aus der Forschung, dass auch ob ältere Menschen zum Beispiel das Internet benutzen oder ein Tablet oder irgendwas ganz stark davon abhängt, ob Hilfe vielleicht verfügbar ist. und neue ethische Fragen. Da stellt sich die Frage, wie sieht es aus, reduziert sich möglicherweise menschlicher Kontakt, wenn bestimmte Funktionen digital übernommen werden können? Wir haben ein Spannungsfeld zwischen Überwachung und Autonomie. Ein anschauliches Beispiel ist die Möglichkeit der GPS-Ortung von Menschen mit demenzieller Veränderung. Da können Sie einerseits Menschen natürlich einen größeren Radius erlauben, auf der anderen Seite geht das mit einer engmaschigen Überwachung einher. Und dann die Frage auch der stark umstrittene Täuschung bei Demenz. Wenn Sie demenziell veränderte Menschen mit digitalen Mitteln umgehen lassen, glauben Sie vielleicht, da ist ein echter Mensch dahinter, zum Beispiel bei Sprachassistenten und wie geht man dann damit um? Oder bei emotionaler Robotik, was machen wir dann damit? Wir gucken uns mal so ein paar Bereiche an, jetzt auf der Ebene der Person im Alter, wie Digitalisierung das Leben älterer Menschen konkret verändern kann. Wir starten mal mit dem Begriff Ambient Assisted Assisted Living, das ist ein ziemlich alter Begriff, ein Begriff, der zu Möglichkeiten im Alter sicher und selbstbestimmter zu Hause zu leben zusammenfasst, ein Begriff, der aber auch ein bisschen in, ich möchte mal sagen, Verruf geraten ist, weil viele Hoffnungen damit verknüpft waren und einiges davon auch einfach nicht eingelöst wurde. Trotzdem habe ich den Begriff jetzt hier nochmal verwendet, weil er auch ganz gut eingeführt ist. Diese technischen und digitalen Hilfsmittel, die unter Ambient Assisted Living zusammengefasst werden können, sind ganz unterschiedlich. Das geht vom Hausnotrufknopf bis hin zur Überwachung von Vitalparametern über tragbare Uhren zum Beispiel oder Sensoren. Das geht bis zur Haussteuerung über Erinnerungsfunktionen. Genau. Und ich habe ein Beispiel hier aus Münster mal mitgebracht. Da habe ich in meiner Zeit hier an der FH Münster die wissenschaftliche Begleitforschung gemacht. Und das ist ein Beispiel hier aus dem Handorfer Hof aus Münster und auch die Damen und Herren von Antirost Verein aus Münster waren hier beteiligt. Da zeige ich Ihnen jetzt einfach mal das kleine Video. Der Handorfer Hof ist weit mehr als nur eine stationäre Senioreneinrichtung. Er ist mittlerweile ein richtiges Pflegekompetenzzentrum geworden. Im Handorfer Hof befinden sich neben der stationären Senioreneinrichtung auch mehrere Servicewohneinheiten, eine Begegnungsstätte, die in einer ehemaligen Kneipe beheimatet ist, mehrere Ärzte, eine Tagespflege und auch ein Stützpunkt von der ambulanten Pflege, der Diakonie Mobil. Ziel ist es, dass die Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden, in ihrer eigenen Häuslichkeit verbleiben können und die digitalen Assistenzsysteme unterstützen dies. Wir haben mit VivaCare versucht, einen sehr ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Das bedeutet, dass wir auf einen sehr, sehr modularen Ansatz setzen, bei dem diese Vivi-Box im Vordergrund steht, die das ganze System drumherum steuert, die hat auch einen Sprachassistenten, deswegen kann der Bewohner mit der reden. Okay, Vivi, wie wird das Wetter in Dortmund? Das Wetter heute in Dortmund, leichter Regen bei 18 bis 27 Grad. An diese Vivi sind dann halt alle möglichen Sensoren und weiteren Funktionen geknüpft. So kann man halt auch wirklich auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers eingehen. Gerade in der Corona-Pandemie sind Besucher oder soziale Kontakte ja eingeschränkt gewesen und so können gegebenenfalls Notfälle zeitlich nicht rechtzeitig erkannt worden sein. Und durch den Sturzsensor in dem digitalen Assistenzsystem wird direkt, wenn ein Sturz erkannt wird, eine Alarmkette ausgelöst und es kann Hilfe für die Seniorin oder den Senior bereitgestellt werden. Hallo Rotraud, bist du gestürzt? Ja. Soll ich Hilfe organisieren? Ja, bitte. Sturzalarm Rotraud Ebert Zeit 13.55 Uhr Wenn Sie sich kümmern, dann drücken Sie bitte die 1, sonst drücken Sie bitte die 9. Der Sturzsensor ist, würde ich sagen, eines der sichtbarsten Geräte, die bei VivaCare integriert sind. Der arbeitet mit Infrarotstrahlung. Das bedeutet, dass quasi der Sensor den bestrahlt und so erkennt, wo sich der Nutzer als Position im Raum befindet und dann erkennen kann, ob er gestürzt ist oder sonst irgendwas vorliegt. Also ich benutze das System hauptsächlich, um nach Gebäcker zu sehen, nach meinen Terminen, die ich angegeben habe und wenn ich mal hingefallen bin. Das passiert ja auch schon mal. Ich kann dann nicht wieder gut selber aufstehen und muss dann Hilfe haben und das macht die Viva dann sehr gut. Genau, das ist ein Beispiel, wie verschiedene Komponenten, die zur Unterstützung des selbstständigen Lebens dienen können, zusammenwirken können. Ich habe hier noch mal so ein paar Links für Sie zusammengestellt, wenn Sie da noch ein bisschen weiter gucken möchten. Da gibt es zum Beispiel Wegweiser Altau und Technik und auch im Hilfsmittelverzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und da kann man ganz gut nachgucken, was es auch so an digitalen Gesundheitsanwendungen gibt. Und dann gibt es unterschiedliche Projekte, auch die Datenbank des Digiquartiers der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, finde ich das ganz hilfreich, wenn Sie mal so einen Überblick haben möchten, was es alles so gibt. Genau, ich möchte noch mal auf das Thema Sprachassistenz eingehen. Sie haben ja gesehen, bei diesem Beispiel auch bei VivaCare ist der Sprachassistenz die Technologie, mit der das gesteuert wird, das ist zwar auch ein Display, aber hauptsächlich geht das über Sprache. Erstmal ist Sprache natürlich vorteilhaft, weil es relativ niederschwellig ist, weil es natürliche Form der Interaktion, wir alle haben sehr, sehr viel Erfahrung mit Sprache und es sind auch relativ wenige Vorkenntnisse nötig für diese Bedienung von Sprachassistenten, aber hier habe ich mal das Fragezeichen dahinter gesetzt, denn ganz so einfach ist es auch nicht. Man kann auch nicht sagen, man stellt so ein Ding dahin und jetzt reden Sie doch mal, so einfach ist das auch nicht, eben weil das anders als ein Mensch, mit dem wir viel Erfahrung haben, wenn wir jetzt gleich miteinander ins Gespräch kommen, dann wissen wir, auf welche gemeinsamen Erfahrungen wir aufbauen können oder wo auch nicht und dann klären wir das im Gespräch und das ist natürlich bei Sprachassistenten so nicht der Fall und da ist auch eine gewisse Anleitung nötig. Vorteil aber von Sprachassistenten generell ist natürlich, dass keine körperliche Anstrengung erforderlich ist und auch Menschen, die Schwierigkeiten haben mit der Sehleistung oder mit einer ganz präzisen Bedienung, also wenn ein Knopf oder ein Display bedient werden muss, das fällt da eben weg. Also deswegen ist Sprache da für Menschen im Alter eigentlich eine ganz interessante Option. hat natürlich auch seine Grenzen. Schneiderman hat 1998 mal gesagt, naja, die Sprache ist das Fahrrad unter den Benutzerschnittstellen und in Münster wissen wir ja, was man alles mit dem Fahrrad machen kann und dass man damit auch schon viel erreicht, aber er sagt, naja, es macht großen Spaß, aber es trägt nur eine geringe Zuladung, das heißt ganz komplexe Interaktionen jetzt übertragen auf den Sprachassistenten sind damit natürlich nicht möglich oder richtige Arbeitsabläufe, aber man kann schon einiges damit machen und wir sehen das Zitat ist von 1998 und das Automobil hier gleichgesetzt mit der grafischen Benutzeroberfläche hat die Sprachassistenz nicht ersetzt, aber da muss man vielleicht auch sagen, soll sie vielleicht auch nicht, sondern da, wo es sinnvoll ist, kann man vielleicht gucken, wie kann das genau ausgestaltet werden und auch dazu gibt es einiges an Forschung. Ganz aktuell machen wir noch eine Studie, auch zusammen mit der Firma Vivay, zur Sprachassistenz, also wenn Sie mal Lust haben, mit einem Sprachassistenten 14 Tage zu telefonieren, Sie können sich von dem anrufen lassen, Sie brauchen nichts weiter als eine Telefonnummer, können sagen, wann Ihnen das gut passt und könnten da dann mit dem so in Interaktion treten, wer das mal live erleben möchte sozusagen, da die Interaktion, hier die Einladung. Ja, dann kommen wir mal zum Thema Demenz, wir hatten es ja gehört, wir haben immer mehr Menschen mit Demenz und auch da kann man so unter dem Oberbegriff Ambient Assisted Living einiges an Technologie ganz sinnvoll einsetzen, das geht von Erinnerungsfunktionen über Herdabschaltung beispielsweise, wenn der Herd dann merkt, okay, da ist keine Aktivität mehr, jetzt wird sicherheitshalber abgeschaltet oder da brutzelt jetzt was durch, dann gibt es dann, da wird die Stromversorgung getrennt, aber auch sowas wie Licht zur Unterstützung von Tag-Nacht-Rhythmus, wo wir wissen, dass eben so Dionaler Rhythmus eine große Rolle spielt, der zirkadiane Rhythmus kann dadurch Licht gut unterstützt werden und da kann sich das Licht entsprechend anpassen. Dann gibt es aber auch digitale Mittel, speziell für Menschen mit Demenz zur Beschäftigung und Unterhaltung oder auch kognitiven Anregungen, die den Besonderheiten, also auch beispielsweise einer Eingeschränktheit in der Beweglichkeit dann gerecht werden und die man auch entsprechend auf die kognitive Leistungsfähigkeit zuschneiden kann. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, diese Ortung via GPS oder der sogenannte virtuelle Zaun, also ein Alarm, wenn eine Person einen vorgefertigten Radius verlässt, auch das ist ein Thema bei Demenz. Und dann gibt es auch Anwendungen, die rechnen sich zum Beispiel an Fachkräfte oder an Angehörige, die dazu dienen, Demenz zu verstehen und nachzuempfinden. Es ist ja sehr, sehr schwierig, sich in eine Person mit Demenz hineinzuversetzen. Da gibt es zum Beispiel von der britischen Demenzgesellschaft eine VR-Anwendung, wo man sozusagen aus der ersten Person selber Schwierigkeiten, die Menschen im Alltag erleben mit Demenz, nachempfinden kann, einfach um dann die Interaktion, die Empathie zu verbessern. Dann habe ich hier als Thema die Consumerization, also das Phänomen, dass Produkte, digitale Produkte für den Massenmarkt verfügbar werden, hier mal aufgegriffen, weil das auch ein Thema ist, was im Bereich Alter eine Rolle spielt. Also häufig sehen wir, dass das Angehörige dann entsprechende Produkte anschaffen und auch wenn wir jetzt bei der Sprachassistenz mal bleiben, dann haben wir von bekannten Anbietern natürlich Sprachassistenzsysteme, die relativ preiswert verfügbar sind. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn Produkte sozusagen auf den Massenmarkt kommen und sind relativ gut erprobt und so weiter. Und manchmal auch da die DesignerInnen wissen das besser vom Interface-Design, auch besser als so spezielle Produkte, die sich an SeniorInnen richten. Genau, und dann haben wir auch manchmal so eine Meldung, zum Beispiel da wurde die Apple Watch, hat einen Sturz gemeldet einer Seniorin und dann ist entsprechend ein Notruf aktiviert worden. Genau, also ein Vorteil ist wie gesagt die Niederschwelligkeit. Nicht immer ist das aber sozusagen ganz, ganz perfekt geeignet. Das ist ja die Frage, ja, wie passt das, one with all oder braucht man dann eben doch spezielle Geräte oder kann man diese Geräte anpassen? Und am Beispiel Sprache, ich meine hier diese physiologischen Änderungen, die im Bereich Alter auftreten können, zum Beispiel bei der Sprachproduktion oder bei der Sprachwahrnehmung. Und ein Thema ist ja zum Beispiel, wie ist die Stimme eines Sprachassistenten? Das sind in der Regel Frauenstimmen. Aber eigentlich, wenn das Hörvermögen nachlässt, bei Menschen im Alter können eigentlich tiefere Frequenzen noch besser gehört werden, wäre aus dem Aspekt eine Männerstimme besser geeignet beispielsweise. Manchmal lässt sich das einstellen, aber das sind so Kleinigkeiten, wo man das sehen kann. Oder bei der Apple Watch, der Sturzsensor, der ist dann beim Mountainbiker, wird der gut aktiviert, wenn der über den Lenker fliegt, wenn ein Sturz aber sehr langsam vonstatten geht. Und ältere Menschen stürzen manchmal sehr, sehr langsam und gleiten dann sehr allmählich nur zu Boden das wird dann, wenn entweder du bist ein Sturzsensor, dann überempfindlich, wenn ich mich nur im Sessel zurücklehne, dann sagt das schon wieder, bist du gestürzt? Oder es wird eben nicht bemerkt. Und das ist natürlich dann ein Problem. Und da ist so ein Ansatz, wie wir das bei dem Projekt im Handorfer Hof gesehen haben, mit so einem Sturzsensor, der mit Infrarottechnik einfach detektiert ist, liegt jemand da oder nicht. Auch der ist nicht frei, natürlich von Fehlern. Aber über den Sprachsensor gibt er dann ja auch, das haben wir gesehen, fragt er nach der Rückmeldung. Also da kann man eben auch nicht sich in falscher Sicherheit sozusagen wiegen und sagen, aha, da hat man jetzt sozusagen die Apple Watch umgebunden und dann wird schon jeder Sturz erkannt. So einfach ist das dann eben leider nicht. Und bei Sprachassistenten eben, naja, so einfach geht es dann auch nicht. Dann kommen wir zum Thema neue Medien, Mediatisierung, Mediennutzung hatten wir ja auch angekündigt. Und da kann man natürlich fragen, naja, warum eigentlich digitale Medien nutzen? Es gibt doch auch genug analoge Bereiche. Mittlerweile durchdringend Digitalisierung ja alle Lebensbereiche. Und Digitalisierung ist auch einfach, kann als Werkzeug gesehen werden, das in jedem Alter genutzt werden kann. und es kann auch als Teil kultureller Bildung aufgefasst werden. Also und damit als Teil sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe. Das ist ja eben ein bedeutender Teil der Welt, in der wir leben und die wir ja auch verstehen möchten. Und dieser, ich habe es ja eben schon, ja, man kann es gar nicht genug betonen, sozusagen die Vielfältigkeit des Alters und das Alter gibt es nicht. Aber gerade da ist Digitalisierung auch eine große Chance, weil es eine Vielfalt von Möglichkeiten ansprechen kann. Also weil ich eine Gruppe, weil ich auf viele Dinge zurückgreifen kann, habe ich auch viele Möglichkeiten, hier unterschiedliche Bedürfnisse anzusprechen. Und ich habe nur mal ein paar Nutzungsmöglichkeiten herausgegriffen. Da haben wir die Kommunikation, haben wir jetzt in der Corona-Zeit ganz prominent ja auch gehabt mit der Videotelefonie, als zum Beispiel die Seniorenheime, ja nicht mehr offen waren für Besucher und Besucherinnen. Aber wir haben auch Möglichkeiten der Beschäftigung, Bildung, Kultur und Kreativität. Mittlerweile gibt es viele Angebote zu virtuellen Museums- und Konzertbesuchen, Online-Gottesdienste oder Online-Kurse, die man sozusagen von überall besuchen kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, digitale Medien in der Biografiearbeit einzusetzen und das kann ganz einfach schon damit losgehen, dass man Musik und Videoplattformen nutzt und da diese Ressourcen verwendet. Es gibt spezialisierte Erinnerungsdatenbanken, wo man auch Erinnerungen quasi spenden kann oder Erinnerungen sich ansehen kann von anderen Menschen in der Region oder zu bestimmten Themen, zum Beispiel Weihnachtszeit und auch für die Ahnenforschung kann man natürlich solche Dinge verwenden. Und auch Rat und Hilfe ist ein ganz großer Bereich. Also Angebote im Quartier, da haben wir ja auch hier in Münster die App digital vernetzt in Münster, wo alle Angebote für Menschen im Alter dann zusammengefasst werden oder es gibt Möglichkeiten zu hybrider Beratung und auch Hilfe im Notfall, also wenn der Hausnotrufknopf entsprechend vernetzt wird. Das alles ist ja schön und gut, aber es ist eben nicht so einfach damit getan, irgendwo ein digitales Endgerät hinzustellen, sondern es bedarf auch der Medienkompetenz, um einen Schlüssel zu haben für die neuen Ressourcen, Zugang zu neuen Informationen zu gewinnen, neue Formen der Teilhabe zu entwickeln und neue Formen von Kultur und Kreativität, neue Sozialräume zu erschließen und diese Sozialräume auch in die Häuslichkeit zu holen. Ganz kurz nur zu den Bedienmöglichkeiten. Wir haben über Sprache natürlich gesprochen. Es gibt aber mittlerweile auch ganz unterschiedliche Bedienkonzepte über verschiedene Körperteile, Endgeräte zu bedienen, über den Mund, über die Augen oder die Ableitung von Muskelaktivität. Also da gibt es mittlerweile auch ganz individuelle Lösungen. Ja, ein Anwendungsbeispiel zur Biografiearbeit. Ein aktuelles Projekt ist die Base Talk App. Wir haben hier mal eine Reihe gemacht zu virtueller Realität in der Biografiearbeit, wo wir in Tagespflegen und stationären Einrichtungen hier in Münster Menschen gefragt haben, was für sie bedeutsame Orte sind aus Kindheit und Jugend und aus der Biografie und haben die die sich ansehen lassen über eine App auf der VR-Brille. Genau. Und haben uns dann angeguckt, haben das mit aufgezeichnet, was eigentlich da der Mehrwert für die Person war, also die Gratifikation und die Gratifikationsaspekte und was am häufigsten genannt wurde oder am häufigsten vorkam, war, dass das eigentlich ein Erlebnis war, was die Personen genossen haben. Also sie gesagt haben, das ist ja toll und das ist ja klasse, dass das möglich ist. Und dann kam aber auch schon als nächstes Hilfe beim Wiedererinnern. Das waren ja Dinge oder Orte, die die Personen vielleicht lange nicht mehr gesehen hatten und sagten, ach ja, richtig und hier war das ja und hier war die alte Apotheke. Und es hatte auch eine eigene Erlebnisqualität, das wurde berichtet, das ist ja wie echt, das ist ja so, als wäre ich selber da, das ist ja wie Urlaub, sowas wurde gesagt. Aber auch, und das fand ich ganz überraschend, dass es auch dem Generieren von Gesprächsthemen diente, dass jemand sagt, jetzt habe ich endlich mal was Neues wieder erlebt und davon kann ich jetzt meinem Enkel erzählen und dass das auch etwas war, was so im Alltag, der ja sonst sehr sozusagen strukturiert und vorhersehbar war, etwas anderes darstellte. Genau. Und auch sehr, ja, biografiebezogene Erinnerungen spielt natürlich auch eine große Rolle. Und dann ging das so weiter, also auch Informationsgewinn war ganz interessant, dass jemand sagte, ich kann jetzt da nicht mehr hinreisen, aber interessant, so sieht das ja heute aus, wenn wir bei Google Maps relativ aktuelle Darstellungen, aber auch Eskapismus. Eine Dame sagte, ich gucke mir sonst immer gerne so Reisedokumentationen an, aber das ist ja hier viel besser und da kann ich alles um mich herum vergessen, dass ich nicht mehr reisen kann. Und auch der unmittelbare Zugang, das hat einige sehr beeindruckt, dass sie dachten, das ist ja Wahnsinn, ich setze das auf und ich bin schon sofort da. Genau. Und die Personen berichteten auch einen Anstieg des Wohlbefindens und auch das Gefühl, vor Ort zu sein oder in dieser virtuellen Welt wirklich einzutauchen, was wir als Immersion bezeichnen, das war relativ stark ausgeprägt. Ja, das war ja jetzt erstmal so alles sehr, sehr positiv, aber natürlich hatten wir auch, wir sind sehr nette Forschungspraktikantin auch dabei, es war sehr viel Aufmerksamkeit, das müsste man ja eigentlich noch gucken, wie ist das, wenn man jetzt sich gemeinsam Fotoalben anguckt und so weiter, aber von den Beschreibungen erstmal war das eine sehr positive Erfahrung. Genau. Ich möchte hier an der Stelle nochmal auch auf den Vortrag von vor zwei Wochen auch nochmal die Demenz-Dinge, da kann man nochmal gucken, wie da die Lebenswelt einbezogen wird und ein App-Tipp, wenn Sie Lust haben, sich selber mal sowas anzugucken, die App Auguste für Menschen mit Demenz, die ist kostenlos auch an einer Hochschule entwickelt worden. Das ist für Angehörige von Menschen mit Demenz, um mit, ja, um da gemeinsam spielen zu können, die kann auch mit individuellen Inhalten bestückt werden. Genau. Auch hier nochmal ein paar Links zu virtuellen Museumsbesuchen und Konzerten. Mittlerweile haben alle großen Museen und Konzerthäuser auch virtuelle, digitale Angebote und auch zur Medienarbeit, was wir sonst ja mehr so aus dem Kinder- und Jugendbereich kennen, die Medienpädagogik, aber auch in der Kultur-Geragogik sozusagen, kann man mit digitalen Medien arbeiten und kann da Ton- und Videoaufzeichnungen nutzen und ganz unterschiedliche Dinge machen. Also da kann man auch die gleichen Medientools, die man für die Jugendarbeit verwendet, auch natürlich transportieren in die Kultur-Geragogik. Dann gehen wir noch zum Thema Weitervernetzung im Quartier. Wie sieht das aus mit dem digitalen Quartier oder wie verändert Digitalisierung das Quartier? Das Quartier erstmal, was meine ich damit? Hier als subjektiver Alltagsraum, also wo bewege ich mich die meiste Zeit, wo erledige ich meine Besorgung und wo sind die Angebote, die ich nutze im Alltag und wo befriedige ich die Bedürfnisse entsprechend, also der soziale Nahraum, in dem ich mich so tagtäglich bewege und der Sozialraum, also die soziale Gemeinschaft, die erweitert sich natürlich auch oder kann sich erweitern durch digitale Angebote, virtuelle Gemeinschaften oder auch Selbsthilfegruppen, zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen pflegender Angehöriger oder auch bei seltenen Erkrankungen, die kann ich natürlich digital ganz anders erreichen, als wenn ich im physischen Quartier sozusagen mich da umgucke. Aber ich kann auch über das, was in meinem physischen Quartier passiert, natürlich auch digital informieren und auch der Sozialraum, also die pflegenden Angehörigen, die Distance Caregiving machen, also die weit entfernt wohnen, aber sich trotzdem um die Belange der Eltern beispielsweise kümmern, die kann ich darüber auch erreichen. Und das Interessante ist, dass die Bedeutung des Quartiers mit der verminderten Mobilität im Alter auch ansteigt, gleichzeitig die Möglichkeiten der Partizipation aber sinken und auch die tatsächliche Partizipation sinkt. Und eine Technologie, die so dazwischen ist, Telecare, Telemedizin, also die Pflege, die einerseits natürlich physisch passiert, Hausbesuche oder auch in den stationären Einrichtungen. Da gibt es noch sehr wenig in dem Bereich, dass da Pflege digital vermittelt wird oder Informationen dazu. Telemedizin, das nimmt weiter zu. Das hat natürlich ein Potenzial, auch gerade in ländlichen Regionen oder da, wo Menschen nicht so schnell erreichbar sind. Da muss man natürlich mal gucken, was sind richtige Anwendungsgebiete, weil es natürlich auch zum Informationsverlust fehlen kann. Und da kommen auch so Themen wie Telematik, Infrastruktur, elektronische Patientenakte und so weiter, E-Rezept, das kann man hier alles mit drunter fassen. Genau. Der GPS-Ortung, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Also auch in Alltagsgeräten wird sowas teilweise verbaut. Also auch virtuelle Räume und Grenzen. Dann habe ich hier als letztes in dem Bereich noch das Thema Robotik. Das hatten wir, ja, das hat immer viel sozusagen, war in der Presse immer stark die Bebilderung vor der Corona-Zeit abgelöst. Jetzt heute durch die Videotelefonie in den Bereichen nach Hülsengiesler. Der unterscheidet da drei Anwendungsgebiete, die sozioassistiven Systeme einschließlich Emotionsroboter. Vielleicht haben Sie von Paro schon mal gehört, dieser Roboter-Robbe, die bei Menschen mit demenzieller Veränderung eingesetzt wird. Oder dieser Wow-Beer, der wird auch häufiger, der wird häufiger verwendet. Deswegen gibt es aber jetzt, die Entwicklung wurde auch eingestellt, aber der war im Grunde so eine Art intelligenter Lifter in Roboter-Bären-Form. Genau. Und dann Service-Roboter für Pflegende oder Menschen mit Hilfebedarf. Da gibt es auch Forschungen zu der intelligente Pflegewagen beispielsweise. Also der dann hinter der Pflegekraft herrollen soll und die Materialien mitbringt. Und die Rehabilitations-Robotik, also Exoskelette, die in der Rehabilitation beispielsweise eingesetzt werden. Tatsächlich eingesetzt werden die hauptsächlich in der Reha und teilweise kommt auch emotionale Robotik zum Einsatz. Reinigungsroboter ist jetzt noch so ein neues Feld. Einige vielleicht auch so aus der Häuslichkeit kennen, was beispielsweise auch zur Desinfektion mit Ozonen in großen Krankenhäusern etwa genutzt wird. Es gibt relativ viel Forschung zu, aber verhältnismäßig wenig Einsatz in der Praxis. Aber prägt relativ oft das Bild von Digitalisierung im Alter, weil es pressewirksam ist und weil man es natürlich auch ganz gut darstellen kann und ganz gut greifbar ist. Und wir interessieren uns natürlich auch dafür, wie Menschen dann solche Roboter wahrnehmen. Und das ist natürlich auch ein spannendes Feld. Und da gibt es zum Beispiel, ich muss mich dir nur ganz kurz vorstellen, die Media Equation Theory von Nass und Reeves, die festgestellt haben, dass Menschen Maschinen, Medien und Computer ganz ähnlich eigentlich behandeln wie echte soziale Akteure. Und auch das hat natürlich Konsequenzen für die Arbeit und für den Einsatz von solchen Systemen bis hin zu Verantwortungsdiffusionen. Wer kümmert sich jetzt eigentlich drum und wie weit gehen die Kompetenzen und wie weit vielleicht nicht. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Seite, wie der digitale Zugang funktioniert. Wir hatten ja die digitale Spaltung ganz am Anfang schon mal. Und auch da kann man ganz unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Das ist natürlich zum einen erstmal der Zugang zu Internet und Hardware. Habe ich da überhaupt solche Endgeräte? Komme ich da dran? Dann haben wir auf dem zweiten Level unterschiedliche Nutzungspraktiken. Wofür verwende ich das? Also kann ich das verwenden, Fahrstuhleffekt sozusagen, um mich weiterzubilden, um Teilhabe zu haben? Oder sozusagen komme ich da in der Nutzung nicht so richtig weiter? Und dann im dritten Level, das ist jetzt für uns heute nicht so interessant, ist sowas wie die kommunikationstechnische Ungleichheit. Welche Datenpakete werden mit welcher Priorität oder mit gleicher Priorität, Stichwort Netzneutralität, genau, verschickt. Und das Interessante gerade beim Thema Alter ist, dass die Menschen im Alter den eher niedrigeren sozioökonomischen Status aufweisen und die haben schon eine niedrigere Lebenserwartung und ein höheres Risiko für chronische Erkrankungen und die niedrigere formelle Bildung und ein niedriges Einkommenslevel hängen auch wiederum damit zusammen, ob Menschen überhaupt, warum es da jetzt so klein steht, das Internet nutzen. Also das alles spielt eine Rolle auch in dem Zugang und zu der digitalen Spaltung, trägt eben auch ein niedriger sozioökonomischer Status und ein niedrigeres Einkommenslevel bei. Eine große Rolle spielt auch, ob ich in meinem vorherigen Berufsleben schon mit Computern zu tun hatte oder zu tun haben musste. Das ist auch ein starker Prädiktor dafür, ob ich mich weiter mit dem Internet auseinandersetze. Genau, das heißt, wir haben also diese Gefahr zu anderen sozialen Exklusionsprozessen im Alter. Da kann die Digitalisierung entsprechend noch dazutreten. Wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite Unterstützungsstrukturen anschauen, da haben wir ganz unterschiedliche und da haben wir ja auch schon eben gehört, naja, ob ich jetzt tatsächlich solche digitalen Endgeräte nutze oder andere digitale Möglichkeiten, die wir jetzt kennengelernt haben, hängt auch ganz stark damit zusammen, ob ich auf Unterstützungsstrukturen zurückgreifen kann und zwar auf regelmäßige, nicht auf einmalige Unterstützungsstrukturen. Und was wir da finden, sind informelle, also zum Beispiel Angehörige- oder Nachbarschiffshilfe oder organisierte ehrenamtliche Strukturen, eben Anti-Rost wäre da jetzt auch hier zu nennen, oder auch professionelle Angebote und das auch in ganz unterschiedlichen Formen wiederum. Da haben wir intergenerative Projekte, Tandem- oder Kurskonzepte, offene Treffs, so Internet-Cafés, wo jeder hingehen kann und Unterstützung. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und das ist auch relativ breit gestreut. Da kann man auf der Internetseite der Bundesorganisation, der Seniorenorganisation auch ganz gut sehen, da gibt es so eine Suchmaske, da kann man sich auch lokale Angebote ganz gut angezeigen lassen. Es gibt diese Unterstützungsstrukturen online und offline und es ist auch unterschiedlich, ja, was da die Spezialisierungen sind oder es gibt auch Angebote zum Beispiel im Digitalpakt Altern, auch eine Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenorganisation, PAXO, da so, ja, sagen wir mal, Begegnungsräume mit Digitalisierung zu schaffen. Ja, gucken wir mal so ein bisschen, was kommt, ne? So, muss ja immer sehr vorsichtig sein mit Prognosen, aber was zeichnet sich im Moment so ab, wo es so hingeht? Erstmal beobachten wir natürlich auch unterschiedliche gesetzliche Entwicklungen und da sind die digitalen Pflegeanwendungen jetzt aktuell, also Sie haben vielleicht schon mal gehört von digitalen Gesundheitsanwendungen, Stichwort App auf Rezept und sowas soll es auch geben für digitale Pflegeanwendungen, also digitale Anwendungen, Apps oder eben auch außerbasierte Anwendungen, die pflegende Angehörige oder Pflegepersonen oder Pflegebedürftige unterstützen sollen und sowas wie Telematik, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, genau. Dann geht es natürlich auch weiter mit gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen, den demografischen Tannenbaum, den haben Sie vor Augen. Wir haben Phänomene wie Vereinzelung und auch sich verändernde Bedürfnisse und Ansprüche natürlich auch, die jetzigen Hochaltrigen, andere Lebenserfahrungen, andere Erwartungen, auch in Bezug auf Digitalisierung als die vielleicht heute 60-Jährigen. Und wir haben eben auch mehr Menschen mit Demenz und das bei der sich verändernden demografischen Entwicklung, die ja nicht nur die Gesamtgesellschaft betrifft, sondern zum Beispiel auch, wenn wir uns die demografische Struktur der Pflegekräfte angucken, dann sozusagen haben wir da die Auswirkungen des demografischen Wandels nochmal früher, ja, oder werden die nochmal eher zu spüren bekommen. Und auch die technischen Entwicklungen, da habe ich jetzt nicht die Expertin, aber da sehen wir ja auch, da gehen die Entwicklungen weiter, also zum Beispiel, was die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz oder Sprachassistenten jetzt in der Vergangenheit schon gezeigt hat, oder auch Miniaturisierung ist ja so ein Phänomen, dass die Dinge immer kleiner geworden sind. Und da wird es vielleicht noch ganz andere Dinge geben. Genau. Ja, dann gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen und Ansätze dafür. Und das eine ist erstmal, naja, wenn wir jetzt eine Idee haben, was gäbe es oder was haben wir für eine Lage, Lebenslage oder Lebenssituation im Alter, da haben wir möglicherweise überhaupt gar keine passende Lösung am Markt. Naja, und da ist die Frage, wie können wir da mit Vernetzung von Praxis und Wissenschaft vielleicht auch weiterkommen, also nicht sozusagen vom Produkt her, sondern von dem Problem. Was machen wir mit der fehlenden Infrastruktur? Also auch Netzanbindung ist ja kein Problem, wenn es komplett gelöst ist oder was auch in der stationären Altenhilfe beispielsweise auch eine Rolle spielt, also immer noch, wo wir dann eben gucken müssen, wie kann entsprechende Infrastruktur geschaffen und zugänglich gemacht werden. Dann haben wir ja häufig das Problem, da gehen wir so in die Richtung Design, dass die Bedienung kompliziert ist und NutzerInnen neigen dann dazu zu sagen, naja, da bin ich eigentlich selber zu blöd, aber ist manchmal das Design vielleicht auch einfach eine Katastrophe. Und da haben Sie ja vor zwei Wochen vielleicht schon den Vortrag gehört von Carolin Schreiber, wie da mit Co-Creation vielleicht entgegengewirkt werden kann, aber wie vielleicht auch manche Dinge vielleicht im Hintergrund mit Fernwartung oder Steuerung da gemacht werden können oder eben mit Antirost die Unterstützung vor Ort. Dann kann die Bedienung aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung auch schwierig sein oder Stichwort Dynamic Diversity schwierig werden, also etwas, was vorher ging, kann sich auch über die Zeit entwickeln, dass es nicht mehr geht und da gibt es die Möglichkeit, auf Lösungen zurückzugreifen, die eher im Hintergrund laufen oder sehr einfache Bedienkonzepte. Also auch da gibt es so Ideen, der einen Knopf Computer zum Beispiel solche Dinge. Dann haben wir, wenn wir solche Prozesse umstellen oder neue Sachen und jetzt digital oder nicht, aber immer wenn wir was Neues anfangen oder implementieren, da haben wir einen Mehraufwand bei der Einführung, nicht immer ein Verständnis für den Mehraufwand und das ist jetzt vielleicht mehr so für die Ebene der Fachkräfte oder der Leitung, aber da kann es helfen, Modelleinrichtungen, wo man schon über den Schritt der Erstimplementierung hinaus ist und so überlegen, okay, wie sieht das aus, wie kann das funktionieren, was ist dann auch der Mehrwert, den Aufwand offenlegen, informiert entscheiden und auch entsprechend weiterzubilden. Ja, fehlende Unterstützung, da muss man gucken, welche Hilfestrukturen sind vielleicht vor Ort, wie kann man die bekannt machen und was wir auch sehen, dass es teilweise ein fehlendes Selbstbewusstsein bezüglich der Techniknutzung gibt oder die Angst, etwas kaputt zu machen und das dann lieber nicht ausprobieren zu wollen oder ein sozusagen ein negatives Technikverständnis-Selbstkonzept, ich habe keine Ahnung von Technik oder so und da zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, niederschwellige Angebote zu machen, Technik im Hintergrund zu machen oder auch wie eben da wirklich angemessene Erklärungen aussehen und das ist wirklich keine einfache Aufgabe. Ja, und dann die Selbstsicherheitsbedenken, wir hatten ja Datenklau, Datenmissbrauch, das Thema, das ist ja auch was, womit wir dann medial ja auch konfrontiert sind und da zu überlegen, was sind Möglichkeiten in der Transparenz und Selbstbestimmung bezüglich der eigenen Daten. Ja, was noch, wir haben ja jetzt so ein Phänomen auch, dass wir eben ältere Menschen haben, die noch keine Erfahrung haben mit digitalen Möglichkeiten oder auch gar kein Interesse, aber was gibt es da für Überbrückungslösungen, da gibt es so Ideen per Internet, Inhalte zum Beispiel per Telefon verfügbar zu machen, Silberdraht ist da so eine Initiative. Oder Bildschirmlösungen, die ohne Bedienung oder minimaler Bedienung auskommen, sowas wie intelligente Bilderrahmen, dass die Fotos, die sonst über Messenger verschickt werden, auch an den intelligenten Bilderrahmen kommen, aber ich muss da nichts drücken, nichts bedienen, das geht sozusagen von alleine. Genau, was man, was sich auch geändert hat, dass häufig jetzt, dass häufiger vom Problem her gedacht wird und nicht von Produkten aus, dass man sagt, jetzt hat man ein Produkt, jetzt gucken wir mal, was kann man damit machen, aber ich glaube, dass es trotzdem auch lohnt sein kann, offen zu sein und sich da inspirieren zu lassen und am Ende ist es natürlich auch ein politisches Thema und damit haben wir den Kreis sozusagen auch zum achten Altersbericht nochmal beschlossen. Was braucht man? Was eigentlich fehlt, sind flächendeckende unabhängige Beratungsangebote zu Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien im Alter. Wir haben ja in Münster die technische Assistenz Tilbeck, wo sich Bürgerinnen und Bürger auch kostenlos beraten lassen können, auch zu technischer Assistenz und digitaler Assistenz auch in der Häuslichkeit, aber das sind dann Modellprojekte. Dann haben wir auch noch einiges an Bedarf im Bereich Forschung und Weiterbildung, zum Beispiel im Bereich digitale Medienpädagogik bzw. Kulturgiragogik im Bereich Alter, wo wir einen starken Fokus haben auf Kinder- und Jugendarbeit, wo ich aber glaube, dass wir auch große Potenziale haben da in der Arbeit mit älteren Menschen. Und am Ende natürlich auch brauchen wir die Offenheit fürs Ausprobieren bei allen Beteiligten. Ganz kurz zum Abschluss, was machen wir aktuell? Aktuell mache ich einer Kollegin der Uni Münster eine Befragung von Pflegekräften zu intelligenten Assistenzsystemen. Da interessiert uns so die professionelle Haltung zu und wie sich das eigentlich ändert an dem Beispiel. Und wir gucken uns an, wie Vorlage, Sensoren, welche Rolle die spielen können für den Nachtdienst in der stationären Altenhilfe. Das ist nur mal ganz kurz, was jetzt gerade ganz aktuell läuft. Und ja, damit freue ich mich auf Ihre Fragen und die Diskussion im Anschluss. Ganz herzlichen Dank.